Herr Tedesco hatten Sie schon als Kind den Wunsch, Fußballtrainer zu werden? Advertising. In Reat Infantät BTAs. Es gab bei mir jedenfalls kein Schlüsselereignis. Es war eher ein schleichender Prozess. Ich wollte als Kind Fußballer werden, war aber nie höherklassig aktiv, und habe doch immer Fußball gespielt. An Wochenenden oft in mehreren Teams nacheinander. Dann habe ich früh als Trainer begonnen, auf dem Dorf mit Achtjährigen. War das ihr Erweckungserlebnis. Zumindest habe ich gemerkt, dass ich die Kinder motivieren konnte. Diese Mannschaft hatte zuvor so gut wie nie gewonnen. Wir haben ein paar Umstellungen gemacht, und auf einmal hatten wir Erfolg. Das war eine tolle Atmosphäre innerhalb der Mannschaft, das hat mir riesig Spaß gemacht. Da wurde mir klar, dass das etwas für mich sein könnte.